So gesund, ein Podcast von den Sollenturner Spitäler mit Dominik Lüdi. Endometriose. Eines von den latinischen Wörtern, die Ärzte gerne brauchen. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört. Ihr Letztes redet man zum Glück mehr als früher über Endometriose. Das Wort Endometriose leitet sich vom Endometrium ab. Das ist das latinische Wort für Gebärmutter Schleimhaut. Und mit dieser ist bei Endometriose etwas nicht in Ordnung. Ein bisschen genauer weiss das Dr. Stefan Mohr. Er ist Chefarzt der Frauenklinik im Bürgerspital Solothurn. Herr Mohr, was macht die Gebärmutter Schleimhaut bei Endometriose genau? Ja, die ist an Stellen, wo sie eigentlich nicht hingehört. Das heisst, die Gebärmutterschleimhaut, das ist das, was normalerweise während der Menstruation abblutet. Und bei der Endometriose kommt es eben vor, dass die Gebärmutterschleimhaut vor allen Dingen in der Bauchhöhle drin, an allen möglichen Orten verteilt sein kann, vor allen Dingen im Becken unten, und da eben Beschwerden verursachen kann. Wie gelangt diese Gebärmutterschleimhaut quasi ausserhalb des Organes in diesem Buch? Weiss man da? Ja, man weiss es eigentlich nicht ganz genau. Es gibt zwei Theorien. Es gibt einmal eine Theorie, dass das Zellen sind, die schon ganz früh in der Embryonalzeit dorthin gelangen und sich dann später ausdifferenzieren zu Endometriumzellen. Aber das, was eher noch mehr geglaubt wird, ist, dass das einfach retrograde Menstruation ist. Das heisst auf Deutsch, dass die Menstruation eben nicht nach aussen in die Vagina abfließt, sondern über die Eileiter in die Bauchhöhle. Die Eileiter gehen ja von der Gebärmutter ab in die Bauchhöhle. Und wenn dann das Menstruationsblut da reingedrückt wird, kann das bis in die Bauchhöhle gelangen und dann sich dort absiedeln. Jetzt, wenn man Endometriose hat, was sind da die Folgen für die betroffenen Frauen? Was passiert, wenn man Endometriose hat? Es ist wahnsinnig unterschiedlich. Endometriose ist sehr, sehr häufig grundsätzlich. Das heisst, man denkt, dass ungefähr 10% der Frauen betroffen sind und Endometriose haben. Bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch geht es bis 50% von Frauen, wo man Endometriose nachweisen kann. Aber wenn man so viele Frauen hat, die Endometriose haben, heißt das noch lange nicht, dass die auch wirklich symptomatisch werden, also wirklich Beschwerden damit haben, sondern oft findet man das nur durch Zufall bei einer Bauchspiegelung. Aber wenn die Endometriose Beschwerden macht, dann können die Beschwerden sehr mannigfaltig sein. Das heisst, es können Beschwerden sein mit Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen oder sehr starke Schmerzen bei der Menstruation, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Wasserlösen. Und es geht bis hin, dass es zu Schmerzen im Oberbauch kommen kann oder in der Lunge, wenn sie sich dort absiedelt. Etwas vom Schwierigsten bei Endometriose, der jetzt schon ein bisschen angetönt, ist überhaupt zu erkennen, dass man Endometriose hat. Das geht manchmal sehr lang. Ja, das ist eben so. Das geht wirklich sieben bis zehn Jahre, kann es gehen, dass man die Diagnose bekommt. Und das liegt genau daran, dass es so viele verschiedene Beschwerden machen kann, dass man erst mal daran denken muss, dass das auch eine Endometriose sein könnte. Das heisst, es ist nicht wie bei einem Arm, den man sich gebrochen hat. Da sieht man sofort, dass der Knochen durch ist, sondern die Beschwerden sind so unterschiedlich und werden so unterschiedlich auch wahrgenommen und geschildert, dass es nicht ganz einfach ist, direkt auf die Endometriose zu kommen. Was Sie vielleicht so anzeichen, wo man sich darauf achten kann als Frau? Ja, eigentlich alles, was nicht normal ist. Das heisst, dass man Menzbeschwerden oder mal ein Ziehen im Unterbauch hat, das ist wahrscheinlich erst normal. Aber wenn es halt sehr stark ist und man sogar von der Arbeit fernbleiben muss und sich praktisch jeden Monat für zwei, drei Tage krankschreiben muss oder starke Schmerzmittel nehmen muss, dann muss man sich schon überlegen, ob da vielleicht mehr dahinter steckt als eine normale Menstruation. Wenn man jetzt das Gefühl hat, das bei mir ist nicht mehr normal, das ist wirklich mehr, könnte Endometriose sein? Was kann man machen, um das dann abzuklären und zu einer Diagnose zu kommen? Das fängt an mit der ganz normalen körperlichen Untersuchung, dass man von vaginal her untersucht, eigentlich die Standards, die man bei jeder Kontrolle macht, dass man einen Ultraschall macht und das ist schon nicht ganz einfach. Teilweise ist es ganz offensichtlich, von der Geschichte her allein schon, dass es eine Endometriose ist, teilweise aber auch eben nicht so ganz offensichtlich. Und auch mit dem Ultraschall und wenn man den Verdacht hat, dann kann man entweder das nachweisen mit dem Ultraschall, wenn das nicht gelingt und man ist trotzdem noch der Ansicht, sehr wahrscheinlich eine Endometriose, die dahinter steckt, dann kann man auch weitere Bildgebungen machen, also zum Beispiel ein MRI machen, zum Versuchen, die Endometriose nachzuweisen. Aber letztlich sicher nachgewiesen werden kann, die Endometriose nur mit einer Operation, mit einer Bauchspiegelung, dass man wirklich in den Bauch reinguckt mit der Kamera und die Endometriose her wirklich sieht. Etwas Neues, was man beim Thema Endometriose jetzt darüber spricht, ist ein Endotest. Was ist das für ein Test und was kann der vielleicht auch nicht? Das ist ein Speicheltest, der ist wirklich noch ganz neu auf dem Markt, wird in der Schweiz auch mittlerweile angeboten, hat den Vorteil, dass man natürlich ohne eine Operation versucht, eine Krankheit nachzuweisen, hat im Moment noch den Nachteil, dass es noch nicht wahnsinnig viele Daten dazu gibt. Das ist vielversprechend, aber es ist noch nicht so, dass es das perfekte diagnostische Mittel ist. Das heißt, es kann einem weiterhelfen, aber man darf es auch nicht ganz überbewerten. Es wird im Moment eher so empfohlen, wenn ich ganz klar mit der Geschichte oder mit dem Ultraschall schon das Gefühl habe, dass eine Endometriose vorliegt oder sogar sehe, dann brauche ich diesen Test sicherlich nicht mehr. Wenn man da nicht sicher ist und mit anderen Medikamenten auch nicht die Erkrankung sich bessert, dann kann man versuchen, mit dem Speicheltest noch vor der Operation den durchzuführen und zu schauen, ob man noch zusätzliche Erkenntnisse gewinnt. Wie häufig ist das als Resultat positiv? Das hat vorhin schon angedeutet, relativ viele Frauen haben das. Gibt es da Schätzungen? Bei dem Speicheltest jetzt? Oder insgesamt bei... Nein, wie viele Frauen haben im Schnitt Endometriose? Das ist das, was ich gemeint habe. Es sind ungefähr 10% aller Frauen, die das haben. Aber eben nicht alle sind natürlich symptomatisch. Also nicht alle haben wirklich Beschwerden damit, sondern oft sieht man es auch als Zufallsbefund. Aber es ist halt doch etwas, was man häufig findet, auch als Zufallsbefund bei einer Bauchspiegelung. Jetzt ist es so, dass man zwar gängig mehr über Endometriose spricht, wenn ich das Wort aber gegenüber Kollegen oder Freunden im Umfeld sage, dann wissen die meisten nicht, was es ist. Wie kann es sein, dass etwas, was so viele Frauen weltweit, das müssen ja hunderte von Millionen Frauen sein, was das betrifft, dass man das so lange nicht auf dem Scherben hat? Ja, eben wie gesagt, die Beschwerden sind natürlich unglaublich vielfältig. Das reicht von gar keinen Beschwerden bis hin zu wirklich stärksten Beschwerden. Und viele Frauen haben das und man weiss es halt gar nicht, weil man denkt, das ist noch im normalen Rahmen. Und wenn dann die Beschwerden aber doch über das Normale hinausgehen, dann sind das Patienten mit einer Endometriose und damit sind es dann schon nicht mehr ganz so viele wie die 10 Prozent. Und das ist schon was, was der Grund ist, warum es sieben bis zehn Jahre dauert, bis man es erkennt, weil man halt wirklich, die ist bekannt, sie macht große Probleme, sie macht große, auch ökonomische Probleme mit den ganzen Arbeitsabwesenheiten und so weiter. Und trotzdem ist es was, wo man erst mal dran denken muss. Es ist so ein bisschen so eine Kolibrisis, so was kann sich in allen möglichen Arten zeigen, quasi von Beschwerden her. Dadurch ist es schwer nachzuweisen und dadurch spricht es sich natürlich auch weniger rum. Wenn es nicht so oft entdeckt wird oder nicht so direkt entdeckt wird, ist es auch nicht so publik. Und ich glaube trotzdem auch, dass es sich schon sehr, sehr viel getan hat, so in den letzten zehn Jahren. Also ich glaube, es ist schon viel, viel besser als noch vor zehn Jahren. Also da werden von Patientinnen häufiger angesprochen? Ja, würde ich sagen, ja. Es ist wirklich mehr in den Medien und insgesamt im Bewusstsein als früher. Dementsprechend wird es zumindest bei uns um Endometriose auch gerne wie mehr googelt. Ich habe jetzt hier ein paar Fragen mitgebracht, so ein bisschen die häufigsten, die im Internet gestellt werden, würde ich euch gerne stellen. Wie fängt Endometriose an und in welchem Alter? Es ist auch unterschiedlich. Das fängt kann ab der Menstruation, ab Einsetzen der Menstruation im Prinzip auftreten. Es sind überwiegend Frauen, jüngere Frauen, wo es erstmalig auftritt, irgendwo zwischen 18 und 30, würde ich sagen. Aber es kann auch später symptomatisch werden. Auch da ist die Grenze sehr schwimmend. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Kann man auf einmal Endometriose bekommen? Ja, irgendwann kommt sie. Irgendwann macht sie halt Beschwerden. Es ist wirklich, kann man glaube ich nicht so per se sagen, wann der Zeitpunkt ist, aber irgendwann wird sie symptomatisch und dann hat es angefangen. Ist Endometriose eine schlimme Krankheit? Es kann sehr schlimm sein, weil es halt wirklich gerade, wenn es sehr unterschiedliche Arten von Endometriose gibt, es gibt die Endometriose, die wirklich nur an der Oberfläche im Bauch drin ist und die man relativ gut wegnehmen kann und die vielleicht auch weniger Beschwerden machen kann. Aber es gibt auch Endometriose, wo richtige Knoten sind von dieser Endometriose. Das ist typischerweise hinter der Gebärmutter. Da kommt ja quasi im Bauch, im Unterbauch ist ja ganz vorne die Harnblase, in der Mitte die Gebärmutter und hinten der Enddarm. Und oft siedelt sie sich am tiefsten Punkt im Becken an und das wäre zwischen der Gebärmutter und dem Enddarm. Und man kann dann wirklich auf den Darm wachsen oder sogar in den Darm reinwachsen als Knoten. Und das kann sehr, sehr ausgeprägte Befunde geben, sehr große Schmerzen, sehr große Probleme bereiten und auch große Operationen nach sich ziehen. Kann Endometriose durch Stress entstehen? Wüsste ich nicht. Ich denke, mittlerweile ist die Endometriose wirklich so, auch in den Leitlinien, dass man alle Aspekte mit berücksichtigt, dass man auch bei Patientinnen allein schon wegen den chronischen Schmerzen ein bisschen zur Psychotherapie anbietet, um die Patientinnen zu begleiten. Aber dass man jetzt sagen kann, durch Stress kriegt man Endometriose, wüsste ich jetzt nicht. Was fördert Endometriose? Auch da gilt eigentlich dasselbe. Auch da denkt man an von Nahrung, also es gibt ganz viele Theorien, aber wirklich nachgewiesen ist mir auch da, kann ich nicht viel zu sagen. Und noch als Letztes, kann Endometriose wieder weggehen? Ja, sie wird vor allen Dingen, wenn man dann in das Alter kommt, wo man keine Mens mehr hat, da wird sie dann selber beruhigt quasi, weil auch dann die Schleimhaut, die nicht in der Gebärmutter ist, nicht mehr aktiv ist und dadurch die Beschwerden weggehen. Weggehen in dem Sinne, dass sie da ist und dann von alleine weggeht, ist schwierig, weil wenn man sie sieht oder wenn man den Verdacht hat, kommt es ja meistens zu einer Therapie beziehungsweise zu einer Operation und dann kann man ja nicht zugucken, ob sie von selbst weggeht. Das heißt, es ist schwierig, glaube ich, das so nachzuweisen. Aber was man natürlich hinkriegt, ist, dass man mit den Medikamenten es schaffen kann, dass die Endometriose sich stillhält, dass sie dann damit wie beruhigt wird, wie ausgebrannt ist quasi und dadurch dann keine Beschwerden mehr verursachen kann. Dass man sie hat und dass sie von selbst weggeht, kann ich mir jetzt nicht so erklären. Und da sind wir gerade bei einer auch von den häufigsten Fragen, die ich gerne ein bisschen genäuse will anschauen. Du hast schon ein bisschen angefangen. Was kann man denn gegen Endometriose machen? Was sind dort die Möglichkeiten? Das Erste ist wirklich, dass man eine hormonelle Therapie anbieten kann. Das heisst, so eine Art Pille eigentlich geben kann. Und die schafft es dann, dass das Endometrium, also diese Schleimhaut, die bei der Endometriose das Problem eigentlich darstellt. dass die nicht weiter wächst und nicht abgestossen wird und nicht blutet. Das heisst, dass sie einfach sich ruhig hält quasi durch die hormonelle Behandlung. Und dadurch, dass sie dann nicht diesen Entzündungsstatus, diese Entzündungsreaktion, sage ich mal, voraus... ... 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 Die Entzündungsreaktion verursacht. Dadurch gehen dann auch die Beschwerden und die Schmerzen weg. Okay. Was ist vielleicht der Nachteil von dieser Therapie? Schlafen die Hormone bei allen Frauen gut an? Das ist unterschiedlich. Insgesamt muss man sagen, sollte man nicht zu hellhörig sein. Es ist erstmal grundsätzlich etwas, was oft sehr gut vertragen wird. Und es kann aber auch mal auf die Stimmung, also Stimmungsschwankungen hervorrufen. Es kann Kopfschmerzen hervorrufen. Denn es gibt schon Frauen, die mit Nebenwirkungen reagieren. Aber es hilft einem natürlich auch die Tatsache, wenn man das probiert und dann merkt, dass es damit besser wird, dann bestätigt es auch so ein bisschen die Diagnose von der Endometriose. Dann ist man auch schon wieder einen Schritt weiter. Und wenn die Patientin das dann wirklich nicht verträgt, dann ist man halt allenfalls noch einen Schritt näher an der Operation. Also Hormone ist ein grosses Thema. Etwas, was man vielleicht als erstes daran denkt oder vielleicht schon selber genommen hat, bevor man überhaupt beim Frauenarzt ist. Sie sind Schmerzmittel. Unbedingt. Das ist so das Erste, was eben auch viele Frauen natürlich von selbst auch machen. Da helfen vor allen Dingen die NSAR. Das heisst, das sind alle die Medikamente wie Ibuprofen oder Mefenaminsäure oder Voltaren, Optifen, diese ganzen Medikamente, die man nehmen kann. Also einfach Entzündungshemmend. Entzündungshemmend, ganz genau. Und die soll man noch nehmen, die helfen noch? Absolut. Die helfen wirklich gut. Reichen oft nicht aus, aber es sind natürlich das Allererste, was man ausprobieren kann. Jetzt nimmt man vielleicht Schmerzmittel, das hilft. Er hat noch Hormone dazu, schlägt vielleicht nicht so an. Was ist so die Ultima Ratio? Häufig in vielen verschiedenen Richtungen ist es nachher die Operation, der Eingriff. Wann muss man an so etwas überhaupt denken bei Endometriose? Wenn man nicht weiterkommt. Ich glaube, wenn man eben, so wie Sie es gesagt haben, wenn man mit den Hormonen, mit der Hormontherapie nicht das erreicht, was man erreichen will, dann muss man über die Bücher, dann muss man überlegen, ob es was anderes ist, wenn es nicht auf Hormone anspricht, ob es doch nicht eine Endometriose ist, sondern eine andere Ursache dahinter steckt. Und wenn es anspricht, aber nicht ausreichend oder wenn die Medikamente nicht vertragen werden oder was auch immer, dann muss man wirklich anbieten, eine Operation durchzuführen, auch diagnostisch. Das heisst also auch, zum erstmal überhaupt schauen, ob es was hat, dass man eine Bauchspiegelung macht und dann ist man wirklich, dann hat man praktisch ein hochauflösendes Bild vom Bauch und wenn es Endometriose hat, dann sieht man die da auch. Zuerst mal, in wie vielen Fällen, wo man sagt, das ist Endometriose, in wie vielen Fällen davon kommt es zu einer Operation? Dann denke ich wirklich, dass ein sehr grosser Teil irgendwann bei der Operation landet. Dann ist es schon, je nachdem auch in welchem Alter, wenn es natürlich eine Patientin ist, die wirklich richtig Probleme hat, erst Mitte 40, dann kann man auch versuchen, wirklich die Zeit zu überbrücken mit den Medikamenten bis zur Minopause, dass sie dann beschwerdefrei wird. Aber gerade wenn das junge Patientinnen sind, ich denke, dann ist es sehr häufig, dass man bei der Operation landet. Und bei wie vielen geht es gut mit der Hormontherapie? Bei den meisten? Bei den wenigen. Also es geht, also dass es anspricht, glaube ich, das ist sehr, sehr häufig. Dass das aber so eine, also für das ganze Leben quasi die Therapie ist, das ist oft nicht der Fall. Dass man halt eine Zeit überbrückt oder auch länger mit den Hormonen, das ist durchaus möglich. Aber dass man irgendwann bei der Operation landet, die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Ich finde es schwierig zu zahlen, sondern das wäre jetzt wirklich fast geraten auf der Sprechstunde. Aber wenn es dann von häufig vorkommt, natürlich umso interessanter. Was sind das für Operationen, die man da macht? Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, ganz unterschiedlich, wie ausgeprägt es ist. Es kann sein, dass das nur oberflächliche Endometriose ist, dass man das wirklich wie mit einer Nadel ausschneiden kann, aus dem Bauchfell und wegnehmen kann. Und das war es schon. Das kann sein, das geht eine halbe Stunde. Und es kann auch durchaus viel länger gehen, wenn wirklich der Darm beteiligt ist. Dann kann es so weit gehen, dass man sogar ein Stück vom Darm wegnehmen muss, damit man die ganze Endometriose komplett entfernen kann. Das wäre die andere Richtung vom Spektrum. Dann gibt es oft noch Endometriome. Das heißt, das sind Endometriosezysten im Eierstock drin, die man ausschälen kann. Das ist auch was sehr Häufiges. Also auch da wieder, das ist so das Typische bei der Endometriose. Es hat alles ein riesengroßes Spektrum. Es kann eine halbe Stunde Operation oder eine sehr einfache Operation, sage ich mal, sein, bis hin zu sehr komplexen Situationen. Wie ist denn, wenn man die Operation gemacht hat, ist es eigentlich wie beim Krebs? Kann es wieder kommen? Oder ist es so, wenn man alles verwischt hat und es los ist, dann ist es los? Ja, im besten Fall schon, aber es hat eine hohe Rezidivrate. Das heisst, das wird bis zu einem Drittel angegeben, dass die Patientinnen irgendwann wieder einen Rezidiv haben von Endometriose, auch wenn es gut operiert ist. Und wenn man jetzt lange Endometriose hat und damit kämpft und alles probiert, dann probiert man vielleicht auch mal Sachen aus, die einem Dr. Internet empfiehlt. Ich habe jetzt drei Sachen mitgebracht, die mir spontan beim Google vorgeschlagen worden sind, die ich doch ausprobieren soll, gegen Endometriose. Das Erste ist so ein elektronisches, aufladbares Wärmepflaster, so ein Pad mit tiefen Wärmewirkung. Ich habe keine Erfahrung damit, muss ich wirklich sagen. Ich habe es nicht in der Sprechstunde empfohlen bis jetzt und es sind mit allen, alle diese Massnahmen sind halt immer ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen, weil ich denke, man kann es gut erprobieren. Es spricht überhaupt nichts dagegen, aber es ist nicht nachgewiesen. Das heisst, das, was wir in der Medizin machen, ist mittlerweile ja so, dass wir uns eigentlich immer auf Studien verlassen und wenn es nachgewiesen ist, der Nutzen, dann machen wir es und wenn nicht, dann tendenziell eher nicht. Bei Endometriose sind halt all diese Massnahmen, da gibt es noch andere Krankheiten in der Gynäkologie, da wird ganz viel im Internet gesagt, die Patientin hat das und das ausprobiert und danach war alles super. Das ist halt schwierig. Das ist genau so in diesem Fall übrigens. Das war wirklich ein Beispiel. Genau. Das war eine Krankheit und mir hat das mega geholfen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. und man kann das gut probieren, aber man muss halt immer aufpassen, das ist halt eine Patientin. Bei den Studien ist ja der große Vorteil, dass man viele Patientinnen fragt und dadurch kommt man dann zu einem Ergebnis, was wirklich verhebt. Und bei den einzelnen Fallberichten, die man da angibt, das ist genauso, wie einzelne Leute berichten halt, ich habe das und das gegessen und danach war das gut oder ich habe die und die Diät gemacht und das war das Beste und so weiter. Und genauso ist es bei Endometriose und anderen Krankheiten auch. Es spricht nichts dagegen, es zu probieren, aber es ist zumindest halt nicht, dass man sagen kann, hey, das muss man so machen und das ist das Allheilmittel. Ich glaube nicht, dass es bei der Endometriose Allheilmittel gibt. Noch ein zweites, ein Pulver mit dem Namen PMS, dort hat es zum Beispiel Vitamin C, B6, Zink und so Pflanzextrakt von Mönchspfeffer, Safran. Das ist genauso schwierig. Ich glaube, man muss, ja, ich will niemandem dazu nahe treten, aber es ist, also dass es da wirklich was gibt, dass das wirklich nachgewiesen ist, dass das hilft, glaube ich jetzt eher nicht. Und es gibt halt auch immer am einen Ende Leute, die das ja verkaufen wollen, dieses Medikament oder dieses Produkt quasi. Da muss man vorsichtig sein, dass man sich nicht verzettelt, denke ich. Jetzt mal abgesehen von diesen Mitterln, gibt es da vielleicht wirklich etwas, was man selber machen kann, als Patientin, die hilft. Stichwort Ernährung. Genau, da gibt es wirklich mittlerweile relativ gute Daten zu Ernährung und zu auch den alternativen Therapiemethoden, so mit Physiotherapie, mit Akupunkt, Akupunktur zum Beispiel. Das sind alles Sachen, viel Sport zu treiben, das sind alles Sachen, die sind, da gibt es mehr oder weniger Literatur, dass die helfen und dass die auch empfohlen werden und dass man auch versuchen soll, ob man dabei Linderung verspürt. Aber es gibt bei all dem, die letzte Guideline, die da rausgekommen ist, sagt eigentlich, das ist alles gut, sollte man unterstützen, aber es gibt nicht eine Empfehlung, das ist gut und das ist nicht so gut, sondern es gibt einfach allgemein die Empfehlung, eigentlich das, was ich gesagt habe, dass man es probieren soll, dass man versuchen soll, alles, was einem gut tun könnte, ausprobieren, aber nicht eine explizite Empfehlung, das ist das Richtige. Okay, was wäre denn so jetzt bei den Nahrungsmitteln, was man könnte ausprobieren, wegzulassen oder das nicht? Das ist praktisch wie bei einer Allergie, da muss man ausprobieren, was wirklich helfen könnte und was nicht. Also es ist nicht so wie beim Herz, sondern man sagt, kein Alkohol, kein Ratsfleisch und so. Kein Alkohol, kein Nikotin, das wird schon empfohlen. Das ist schon was, weil es auch die Entzündungsreaktion noch zusätzlich begünstigen kann. Aber speziell bei der Ernährung bin ich überfragt. Sport ist auch so ein Thema. Ihr habt viel Kontakt mit Patientinnen. Was empfehlen Sie, wie viel Sport ist das? Kann man noch gross Sport machen mit Endometriosen? Macht es Sinn? Das hängt mehr davon ab, was die Patientin für Beschwerden hat, denke ich. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie das macht, was sie kann. Wenn sie jetzt gerade vielleicht während Demenz besonders starke Schmerzen hat, dann wird sie wahrscheinlich nicht danach sein, grossartig Sport zu treiben. Aber ich glaube, es schaden tut sicherlich nicht. Es ist nachgewiesen, dass es unterstützend hilft quasi. Aber das muss jeder für sich selber wissen, was geht von Beschwerden her. Also Bewegung sicher gut, aber wenn man merkt, es tut nicht gut, dann verzicht. Ja, so macht man es, glaube ich, automatisch, dass man es nicht. Ein grosses Thema, wenn man über Endometriose spricht, möchte ich noch ein bisschen Neues anschauen, nämlich das Thema Kinder bekommen, Schwangerschaft. Zuerst grundsätzlich, kann man mit Endometriose schwanger werden, ja oder nein? Ja, ich finde sowieso diese Aussagen, dass sie Endometriose oder irgendeine Krankheit und deswegen können sie nicht schwanger werden, das ist immer heikel, weil wir haben, glaube ich, alle schon Patientinnen in der Sprechstunde, die das mal früher, hat man es vielleicht auch häufiger gesagt und nachher haben sie doch drei Kinder gekriegt und sind aus allen Wolken gefallen. Ich glaube, das ist schwierig und bei der Endometriose ist das auch im Prinzip so. Es ist halt das, was ich am Anfang vom Interview gesagt habe, dass 50 Prozent von den Kinderwunschpatientinnen, bis zu 50 Prozent von den Kinderwunschpatientinnen Endometriose nachgewiesen haben, das spricht ja schon dafür, dass die Endometriose offensichtlich ein Problem ist zum Schwangerwerden, weil die haben, das ist so eine hohe Rate, die dann in der Kinderwunsch-Sprechstunde landen, da hat sehr wahrscheinlich die Endometriose was mit zu tun und das wird auch gemacht, dass man diskutiert, die Endometriose zu sanieren, also zu operieren, bevor man den Kinderwunsch dann weiterführt. Aber das ist, das muss ich relativieren, weil das ist eine wahnsinnig individuelle Entscheidung, das kommt dann wirklich sehr auf die Befunde an, wie ausgeprägt die Endometriose ist, was da der beste Weg ist von der Kinderwunschtherapie und von der operativen Therapie. Das heisst, da muss man wirklich bei jeder Frau in Zusammenarbeit mit den Kinderwunschleuten besprechen, wie man am besten vorgeht. Und umgekehrt natürlich auch wieder das, was ich eben schon gesagt habe, wenn Sie nur eine ganz oberflächliche Endometriose haben, ist ja auch Endometriose, aber da spricht nichts dagegen, dass man nicht schwanger werden könnte. Das hängt sehr vom Schweregrad von der Endometriose ab, ob es wirklich für die Schwangerschaft schwierig wird oder nicht. Ja, denke ich. Was kann man dafür tun, dass man vielleicht trotz einem schwierigen Befund gleich noch schwanger wird? Das hat man für Möglichkeiten? Eben das Operieren. Das ist das Wichtigste, denke ich. Wenn man wirklich sieht, eine Patientin ist Kinderwunschpatientin, wird nicht schwanger, hat eine ausgeprägte Endometriose, dann kann es nötig sein, dass man spezielle Medikamente gibt, um die Hormone zu unterdrücken und dann zu operieren oder in einer anderen Abfolge. Das ist wirklich sehr diffizil, sage ich mal, sehr individuell von Frau zu Frau den ganzen Fall angucken. Wie alt ist die Frau? Hat sie schon mal eine Operation gehabt für die Endometriose? Wie sieht jetzt der aktuelle Befund aus? Das ist wirklich recht kompliziert. Es gibt da auch nicht eine Sache, das muss man machen, kann man nicht so sagen. Was ist die Operation, die man macht? Alles rausnehmen oder vor allem im Bereich Eierstöcke? Die ganze Endometriose rausnehmen, genau. Das wird auch immer wieder diskutiert. Ich denke, dass es wichtig ist, wenn man gerade die frühen Stadien von der Endometriose, die scheinen wirklich, möglicherweise über diese Entzündungsreaktion auch sich auf den Kinderwunsch auszuwirken. Das heisst, da wird empfohlen, dass man das operiert. Und auch bei Endometriomen, also diese Endometriose Zysten in den Eierstöcken tendenziell, dass man es eher operiert, aber auch da ist es individuell zu entscheiden. Wenn man jetzt glücklich hat, man wird schwanger trotz Endometriose, vielleicht nach einer Operation, was läuft dann bei der Schwangerschaft anders als, ich sage jetzt in Anführungszeichen, eine normale Schwangerschaft? Eigentlich, ich denke, dass es dann, wenn es zur Konzeption zur Schwangerschaft gekommen ist, dann ist die Endometriose nicht mehr ganz so relevant, weil dann der Hormonhaushalt natürlich wieder komplett umgestellt ist auf die Schwangerschaft. Und da ist es eher selten, dass das wirklich die Endometriose Probleme macht. Das kann es mal geben, dass dann die Herde symptomatisch werden, aber es ist eher, denke ich, was Seltenes. Das sieht man im Alltag zumindest weniger. Und auch bei der Geburt gibt es nicht besonders etwas, was man nachher müsste? Nein, würde ich nicht sagen. Und dann Geburt, der Atest, da gibt es keinen Jüngerschein. Das ist ein sehr emotionales Thema, Kinderwunsch und Schwangerschaft. Wie erlebe dir so von den Patientinnen, wenn es darum geht, ich habe Endometriose, ich will Kinder haben, wie erlebe dir das in der Sprechstunde? Eben, das ist wirklich was, wo man gut mit den Kinderwunschleuten zusammenarbeiten muss. Also es ist dann wirklich interdisziplinär, dass man mit mehreren Spezialisten wirklich zusammen guckt, die Patientinnen zu behandeln. Insgesamt, gar nicht so abhängig vom Kinderwunsch, ist es halt insgesamt eine schwierige Situation, mit diesen Patientinnen zu arbeiten, weil es sind halt fast immer Patientinnen, die schon einen wahnsinnig langen Leidensweg hinter sich haben. Das heißt, das sind oft Schicksale, die recht beeindruckend sind, wenn man irgendwie zehn Jahre oder noch länger mit stärksten Schmerzen als junge Frau leben muss. Das beeinträchtigt das Sozialleben, das Arbeitsleben, das Sexualleben, eigentlich alles. Von da sieht man so ein bisschen, wenn man wirklich in der Sprechstunde die Patientinnen hat, wie weitgreifend die Endometriose ist und die Lebensqualität verschlechtert. Das ist ja da, um zu helfen. Und als Arzt kann man ja in der Regel auch helfen. Ja, hat er auch Patientinnen, die im Nachhinein zu euch kommen und sagen, jetzt geht es mir wieder besser, jetzt habe ich wieder das Leben. Natürlich, ja klar, das wäre schlimm, wenn man solche Operationen machen würde und das nicht hätte. Also insgesamt ist es schon häufig so, wenn man es hinbringt, dass man die Endometriose komplett entfernen kann, dass es auch eine deutliche Besserung hat. Und es gibt zum Beispiel auch Endometriose in der Gebärmutter drin, eine Art Endometriose, und wenn man dann zum Beispiel auch eine Gebärmutterentfernung machen kann, nachdem der Kinderwunsch abgeschlossen ist, dann ist das sehr häufig, dass das wirklich eine Linderung bringt. Und auch wenn man die anderen Endometriose-Operationen macht und die Herde wirklich gut entfernen kann, dann kann das wirklich ein Segen für die Patientin sein, denke ich. Herr Mohr, welche Botschaft werden Sie zum Schluss noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wenn es um das Thema Endometriose geht? Ja, ich glaube, das ist bei uns heute beim Gespräch rausgekommen, daran denken einfach, also das ist so, es heisst nicht, dass alle Beschwerden jetzt auf einmal auf Endometriose zurückgeführt werden können, aber umgekehrt muss man trotzdem auch zumindest daran denken, wenn es in Frage kommt, hey, könnte es vielleicht das sein? Vielen Dank, Herr Mohr, seid ihr heute mein Gast gewesen. Ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, dass künftig mehr Leute Endometriose auf dem Schirm haben und es nicht mehr sieben bis zehn Jahre geht, bis Frauen ihre Diagnose haben und man ihnen helfen kann. Im nächsten Podcast geht es übrigens um die Schilddrüse, ein Organ, das wichtiger ist, als man denkt und ein Haufen Sachen in unserem Körper steuert. Man könnte auch sagen, die Schilddrüse ist unser Gaspedal und wenn die nicht richtig funktioniert, dann wird es ungemütlich. Falls ihr betroffen seid, Fragen habt oder eure Erfahrungen mit uns teilen möchtet, dann freuen wir uns auf eure E-Mail auf podcast at spital.so.ch Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal so gesund wie ihr mit dabei seid und wünsche euch gute Gesundheit und sonst eine gute Behandlung. So gesund ein Podcast von den Sollenturnen Spitäler. Mehr Informationen finden Sie jederzeit auf solleturnenspitäler.ch bis zum Sollenturnen Spitäler.ch Vielen Dank.